wieder die chance zu taten für geisel und damit halb oder seitz und willkommen zurück bei rainbow six siege und da sind wir im keller zum ersten mal heute jetzt stimmt es aber warum machst du das sind das vielleicht bring es oder allgemeine kartoffelchips das ist in der nase stecken oder wie irgendeine marke oder irgend was leckeres kannst du mit holen weil ich hatte gerade hier die luke in der hand das war laut ach so ja zwitschstrauene fährt hier oben rum findet sie nicht scheiß zeit ist macht meine böse augen kaputt aber macht nicht zu aufgemacht bestimmt die tisch drinnen die haben es moment wo bin ich jetzt das mirerfenster ist jetzt so kacke dass man daneben nicht mal eine verstärkung anbringen kann nachher das geht schief und hat sich schon besorgen zerstört mit wohnen im klaus jemand klaus in 23 drei du bist auf ihrem radar du bist auf ihrem radar die gegner haben eine bombe lokalisiert ja genau ich merks chakal markiert mich die ganze zeit ja oh es geht schief oh es mit dem schild mit einem schild nee es war mit dem messer wo das stufenweise geht ach kacke ach der war noch einen meter weg er muss zerstört werden bestimmt wenn es dafür alles punkte geben würde wie viel hier auf der kamera rumrennen eigener trupp eliminiert mission gescheitert der schilder zu hauen sollte auch stufenweise abzug geben nicht mehr sofort tot ja auf pappe angebracht da muss bloß mal jemand schief husten und du kannst daneben nicht verstärken da passen ja zwei verstärkungen hin insofern war die ganze wand offen haben sie zwar nicht aufgemacht war trotzdem kacke wenn das gehen würde würde bestimmt auch jemanden mehrere fenster auf dem boden anbringen wenn wir im keller sind da ist jemand mit der zufälligen auswahl von ubisoft nicht zufrieden ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe aufzuspüren ich glaube hier sind keller hier habe ihr habt keine frauen Wow Mamamotzi Ja ich treue um kam dieses Symbol da Ah, 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 ah. Capcam haben sie auch. Capcam hat mir damit angebracht. Oh. Was ist das für eine Waffe? Ist das ein Alibi? Nee. Sieht dicker aus. Die Alibi-Waffe, die MX-4, sieht glaube ich schlanker aus. So. Na, ist vergang. War das nicht die andere von Kite? Da kenne ich mich nicht gut aus, weil den kenne ich zu schlecht. Kite haben sie ja. Ja, deswegen. Wobei, ist... Nee, der hat das Dreieck, okay. Hm, 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 hm. Kann man jetzt vielleicht ein Rohr oben rein, wenn die nur noch zittert sind. Mal gucken. Die Drohne ist aktiviert. Kamerafrau rückmarkiert. Ja, er ist hier bei mir. Okay. Oh, vor dem Fenster nicht gut. Oh, dein Glück. Kamerafrau ist bei mir an dem Fenster. Gelber Ping. Jetzt stirbt ein Glas. Das soll ich bestimmt gleich entschärfen. Äh... Ja, hier drüben noch. Da war sie in den Hintern. Ja, ich sehe nichts. In den schönen Kamerafreundern. Naja, das war er. Du hast wieder einen Fernmacher. Ja. Da klebt ja noch Kinderriegel dran. Wovor Serafina das mitkriegt, schmeiß ich den lieber auch schnell raus. Bin ich fein raus. Was sieht man jetzt? Aha, Küstenwahl. Mal schieben die auch grad rein. Was war Kite, der den da umgewacht hat, der? Dieser Kite. Ich hoffe, es tut ihm leid. Sicher, sicher, Luke zu. Oh ne, wobei ist Quatsch. Hier ist die Wände wichtiger. Gibt's so viele. Stacheldraht bereit. Stacheldraht abgelegt. Näh. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Zugangssperre. Einmal haben Sie nur kommen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidig. Zehn Sekunden noch. Oh, hier sind alle Wände noch offen, bei der A-Bombe. Hohoho. Das geht schief. Die haben Ibane. Die haben Blitz und Ash. Und Hammermann. Gelber Pin kommt hier mit an. Platzierstacheldraht. 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 Blitzschlag Ah, hier haben wir ein paar drinnen. Bitte? Ja, Team Beschuss. Wurde gerade oben rechts eingeblendet, das deaktiviert wurde. Hm, nur Geschossen, nicht umgebracht. Ja. Hat schon ein Cheat an. Ja, wahrscheinlich weil die da mit Blitz beschäftigt waren und sich dann in die Quere kamen. Keine Aufsicht gewesen. Das ist das Spiel, das erkennt. Ja, du kannst doch drücken, F5, F6. Auch beim Nobe Schuss? Wo? Das ist mir, glaube ich, noch gar nicht aufgefallen. Hä, ist irgendwie, manchmal kriegst du das mal nicht. Als Frau Frost auf der alten Kanalkarte in dem Brückengang mal jemanden nicht erwischt hat, der verletzt war, habe ich mit dem bösen Auge drauf geschossen und Frau Frost verletzt. Ja. Und ich habe Ärger bekommen. Ja, das klingt wieder. Kartenraum oder... Ich guck mal, die Küche ist schon mal sauber? Äh, ja. Dann sind sie auch im Büro. Zu Büro. Zu Büro. Zu Büro. Zu Behör. Kommst du von unten? Ja. Dann oben. Ist sowieso nichts. Frost haben wir... Ja, ist verfasst. Ach, hier war mal eine Kamera-Durchfahrt. Mann, die fehlt. Ja, das ist nicht so. Hau ich ab. Ob die Stufen jetzt twitchfreundlich sind? 10 Sekunden bis zum Einsatz. Hier draußen oben. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Ah, am Fenster hockt jemand. Oben. Neue Brücke. Ganz hinten da, wo ich immer gerne reingehe. Du weißt, wo das ist. Die Drohne ist aktiviert. Auf der Brücke ist Kamerafrau. Ja, die hab ich gerade das Fenster weggeschossen. Hab sie auf jeden Fall angeschossen. Kann ich jetzt wenigstens rein. Danke fürs Verjagen. Ah, babababa. Mann, das gibt's doch nicht. Ist schon wieder entkommen, ey. Ballistischer Schild im Einsatz. Dann gehen sie vor, Herr Schwarzbart. Bandit oder Kite ist der letzte. Okay. Die haben noch Strom. Traut sich keiner vor. Geräte werden ausgeschaltet. Knapp zwei Minuten noch. Bombe gefunden. Bandit hinten. Dort. Bandit war das letzte Fragezeichen. Der Scharfer ist nicht länger in deinem Besitz. Ah, hier ist das dann offen. Frau Frost hinten. Gelber Ping im Gang. Hab ich. Ja, Frau Frost hab ich nochmal getroffen. Mann, was? Get out of your way, man. Ich fahr mal vor. 1,24. Ach, hier ist es. Markier. Oh, oh. Puh. Wo? Wo? Wo, 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 wo? Bei dir? Am Fenster? Ich hab die alle gefüllt, bloß einmal angeschossen. Kamerafrau hast du ja schon angeschossen, die war jetzt schnell weg. Ich hab Kamerafrau beschossen, ich hab Frost beschossen. Und Bandit? Nee, den hast du ja nur gemutmaßt. Mit Strom. Auch praktisch, wenn die Gegner einfach beim angucken umfallen. Beim etwas schärfer angucken. Mit Waffesor auf den Gegner gerichtet. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020